Als Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter kennt ihr das sicher. Mit Jugendlichen über Sex zu sprechen ist nicht immer so einfach. Trotzdem wäre es natürlich besonders in der Jugendarbeit wichtig, die Themen rund um sexuelle Entscheidungsfindung, Beziehungen, den sexuellen Konsens und die Einflüsse auf die eigenen Entscheidungen zu thematisieren und nachhaltig in der eigenen Arbeit zu fankern. Aber wie könnte das umgesetzt werden? Am besten sogar auf einer europäischen Ebene? Diese Frage haben wir uns auch mit unseren Partnern von YouthWork Island und ISIC gestellt. Um diese Frage zu beantworten, wurden Jugendliche befragt, es wurde das Fachwissen von Kolleginnen aus der gesamten EU herangezogen sowie renommierte Expertinnen auf dem Gebiet der sexuellen Gesundheitserziehung befragt. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist die YES-Kampagne. Dabei handelt es sich um ein europaweites Trainingsprogramm für Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen rund um die Themen der sexuellen Gesundheit von Jugendlichen. Dadurch soll Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern ein Handwerkszeug zur Verfügung gestellt werden, um Wissen fundiert und unter Rückgriff auf erprobte Methoden im Rahmen ihrer täglichen Arbeit zu vermitteln. Zentrales Element des Projekts ist die webbasierte YES-Plattform. Dabei handelt es sich um ein praktisches Werkzeugset und kompakten Methodenkoffer, der immer und überall verfügbar und einfach zu benutzen ist. Auf der Website YES-Konsent.eu die gewünschte Sprache wählen, einloggen und schon bist du mitten im Programm. Der verfolgte Empowerment-Ansatz orientiert sich an den wichtigsten Themen, die von Jugendarbeitern, Jugendlichen und Expertinnen identifiziert wurden. Diese sind sexuelle Identität und Beziehungen, Einverständnis und wie dieses zu kommunizieren ist, Einflüsse und Entscheidungsfindungsprozesse. Themen, die sich in jeweils einstündigen Sessions im Programm wiederfinden. Das erlaubt es Jugendarbeitern und Jugendarbeiterinnen, flexibel und wann immer gewünscht und möglich einzelne Einheiten durchzuführen. Alle benötigten Materialien können als Druckvorlage heruntergeladen oder in der digitalen Version genutzt werden. Der eigene Fortschritt im Kurs wird hier angezeigt. Das originale Programm, das derzeit nur in der englischen Sprache verfügbar ist, kann in seiner Druckversion ganz unten heruntergeladen werden. Hier können auch noch eigene Gedanken festgehalten werden. Wir arbeiten laufend an der Verbesserung des Programms und seiner Übersetzung in weitere Sprachen und freuen uns darüber und freuen uns daher sehr über ihr Feedback.